Ja, hallo Lieben, das ist natürlich mein Partner, Abholbeziehungscoach und es ist so fucking kalt in Berlin. Wahnsinn, Wahnsinn, gerade von draußen reingekommen. Ja, immer noch gibt es den Black Week Code, Black Week 25, 25 Prozent. Enjoy auf meine Kurse, auch die neuen Mental-Health-Kurse, ansonsten auch, wie immer, das klassische Programm zur Umprogrammierung des Liebeschips. Und ja, heute haben wir eine Mail, die, glaube ich, sehr klar macht, wie sich Liebessucht so darstellt. Und jetzt auch nicht nur Liebessucht so zu einem Partner, sage ich jetzt mal, sondern als so ein Grund-Lebensgefühl, was man hat. Und man kann, glaube ich, in dieser Mail gut sehen, wie man da immer wieder, wenn man da so ein Thema mit hat, immer wieder reinrutscht und sich selbst verarscht im Grunde genommen. Und ja, wir werden mal rein. Hallo Christian, ich bin ganz neu eingetaucht in deinem Content und bin dankbar für deine klaren Worte und habe das Gefühl, genau, die brauche ich jetzt. Männer müssen mich schließlich retten, wie ich festgestellt habe. Aber du bist ehrlich und hast enorme Expertise, deshalb wende ich mich an dich. Ja, ich denke mal, eigentlich willst du gar nicht gerettet werden, sondern willst das immer weitermachen, was du machst, vermute ich mal. Ich brauche jemanden, der mir den Kopf wäscht, sozusagen, weil ich mich gar nicht richtig sortieren kann. Ich bin weiblich Anfang 30 und seit über zehn Jahren in kurzen und für mein Verhältnis längere Pausen in Beziehungen gewesen, die von starker Abhängigkeit geprägt waren. Toxisch, vermeidend, missbräuchlich, alles dabei. Ich bin unsicher, vermeidend, also slash bindungsängstig so, habe Dopaminsucht in der Beziehung mit bedingungsloser Liebe verwechselt und bin nun mal wieder nach zwei Jahren und drei Monaten, nach zwei Jahren, drei Monate Single. Einweilige Trennung, weil unsere toxische Dynamik einfach zu heftig war. Ich habe erkannt, dass er mich mit seiner unbewussten Heiß-Kalt-Taktik sofort angefixt und unglücklich gemacht hat. Ja, vielleicht wärst du auch jemand, wenn du einen netten Typen datest, den du dann verrückt machst und deine Heiß-Kalt-Dynamik, das ist ja, manchmal bespielt man ja nicht nur einen, oder oft bespielt man nicht nur eine Rolle so, ne? Das ist, was viele immer nicht verstehen so. Genau, also angefangen, unglücklich gemacht hat, intermittierende Verstärkung und so. Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Heute war ich bei meiner ersten Sprechstunde bei einer Therapeutin und sie hob bei mir den Verdacht auf Borderline und PTSD, also posttraumatische Belastungsstörung. Überraschen mich mit meiner Biografie nicht sonderlich. Ich lasse es mal so stehen, weil in meinem Kanal geht es halt um Beziehungsthemen. Meine große Angst, in alte Muster verfallen und mich nur selbst unglücklich machen. Ich glaube, ich bin sofort, ich bin schon wieder kurz davor. Vor einigen Wochen war ich mit Freunden in einer Bar den Geburtstag eines Freundes feiern. Nach einigen Stunden war nur noch ein alter Schulfreund, seine Partnerin und ich übrig. Ich war zu dem Zeitpunkt drei Wochen getrennt und natürlich noch im Schmerz, beziehungsweise auf Entzug, das ist, glaube ich, das Wichtige. Die Leute am Nachbartisch und meine Freunde unterhielten sich angeregt und lernten sich kennen. Ja, also waren noch mehr übrig, aber wahrscheinlich jetzt nicht eure Clique oder so. Ich bin eher introvertiert, glaube ich, oder war einfach unsicher an dem Abend. Ich habe nicht viel geredet. Einer der Menschen am Nachbartisch hat mich schon aus dem Augenwinkel beobachtet. Er war still, hat ein paar Mal zackhaft nach meinem Namen gefragt. Ich merkte sofort, dass ich in ihm einen Partner erkenne. Die einzige Ausnahme, mit dem ich eine stabile... Jetzt wird es so ein bisschen unklar. Also du erkennst, glaube ich, in ihm so einen früheren Partner, die einzige Ausnahme, mit dem ich eine stabile Beziehung führte, aber beendete, weil er mir keinen Drama geboten hat. Heute bedauere ich das. Ich projiziere diesen Menschen also schon in den Unbekannten hinein. Nach einer Stunde ging ich heim, vergaß das wieder, bis mich der alte Schulfreund ein paar Wochen später einlud zu einem Konzert, bei dem die Menschen aus der Bar auftraten. Ich sagte zu, weil ich wüsste, dass da der Mensch da sein würde, der mein Unterbewusstsein vermutlich schon als nächsten Night in Shining Armor abgestempelt hat. Zum einen wollte ich ihn sehen und war neugierig, weil ich selbst Musik mache und natürlich fucking needy bin und weil ich eben aus meiner Depression raus muss. Aber wäre ich gegangen, ohne zu wissen, dass da jemand anscheinend an mir interessiert ist, weil ich den Blick gelesen habe, safe nicht. Ich wusste, hier ist was für mich drin. Männliche Bestätigung, weil ich mir die selbst nicht geben kann. Vor dem Konzert, ich sagte zögerlich, dass ich mich grob an ihn erinnern kann. Jetzt schon eine glatte Lüge, bin nur seinetwegen, beziehungsweise Bestätigung da. Er könne sich auch erinnern. Schleppender Smalltalk, bin unsicher und merke selbst, wie unreif ich mich verhalte. Beim Konzert schaue ich ihm beim Spielen zu, erwische mich bei den ersten Fantasien. Ja, Liebesucht ist eigentlich eine Fantasiesucht. Bei den ersten Fantasien. Anfassen, riechen, küssen, sowas. Mein Körper reagiert sofort. Drücke es weg, weil ich weiß, ich träume vom Einhorn. Ja, es geht um deinen Dopamin einfach so. Es geht nicht um ihn, alles Produktionsfläche nach dem Konzert, Unterhaltung in der Gruppe. Ich bin betrunken, laut, extrovertiert und spiegel, was das solch hält. Also sprich, du machst schon mal ein bisschen Lovebombing so, vielleicht. Ich will, dass er mich als stark wahrnimmt und merke schon, du bist so unauthentisch, lass es einfach bleiben. Fahr nach Hause. Ich mache Witze, ich fühle mich albern. Verlässt er den Raum, fühle ich mich leer. So fühlt sich das leider an, wenn man so die leeren Eimer füllen will mit, eigentlich nicht mit Beziehungen, sondern mit Drama, Dating. Ja, man will einfach diese Emotionen leben, fühlen so, ne. Und da ist eigentlich eine stabile Beziehung eher hinderlich, weil die kann dieses Ausmaß an Emotionen gar nicht bieten, wie du auch schon festgestellt hast. Und dann braucht man diesen ewigen Wechsel, es wird sofort wieder langweilig. Aber das ist leider das, was einen in der Regel so hält, in diesem liebesduchtigen, toxischen Kreislauf. Wo man manchmal gar nicht weiß, welche Rolle spielt man da eigentlich. Wohlgemerkt, alles, was ich von ihm weiß, ist, dass er, was sein Name ist und dass er Oboe spielt. Big fucking red flag, I know. Trotzdem, der fucking Trieb oder was auch immer schreit, wie alle fucking andere Male davor. Das ist aber jetzt wirklich anders. Das ist, was die liebesduchtige Stimme immer sagt, wenn man dann Datingpause machen soll. Ich vermute mal, vielleicht warst du mal Single, aber ich vermute mal nicht, dass du aufgehört hast zu flirten und zu daten. Und sagt er mir liebesduchtige Stimme, na, aber das ist doch jetzt, nee, ach komm, hier, Datingpause ist total langweilig. Das ist jetzt real shit und jetzt ist es anders. Und man findet immer jemand, komischerweise, der dann dieses Muster wieder bedient. Auch wenn man dann noch so denkt, das ist jetzt anders. Das ist dann halt nie anders. So, was ist mit meinem Gehirn los? Ja, es ist on Droge, ne? Er sucht die Nähe zu unserer Gruppe mit meinem Kumpel, spricht nicht direkt mit mir, hört aber zu, was ich sage. Was nicht anders geht, weil ich mich gefühlt wie eine überdrehte Tina-Nätscherin aufführe. Auf dem Rückweg kommen wir das erste Mal oberflächlich ins Gespräch, dann verabschieden wir uns. Winkend und der Kumpel und ich nehmen unsere Bahn. Zu Hause erwische ich mich schon bei meinem obsessiven Nachdenken über die Menschen, dessen vornahm ich weiß mehr nicht. Ja, also es findet immer irgendjemand dafür, ne? Du lebst, komm mir albern vor und sprechen mir selbst so. Es geht nicht um ihn, es geht nicht um dich. Du lebst in einer Illusion vermutlich und er vermutlich auch. Keine Ahnung, was mache ich jetzt damit? Ja, also das ist auch wieder, er bedient halt wieder dieses Muster, nicht richtig verfügbar, versuchst ihn jetzt verfügbar zu machen und sobald das aber wäre, würde es ihn wieder langweilig finden und oder er ist wirklich nicht verfügbar und du kommst in die Liebessucht. Das ist genau die Grundlage, auf der das so passiert, ne? Ähm, was mache ich jetzt? Ich will auch mein nächstes Konzert in sehen. Ich habe auch Bock auf die Leute und die Abwechslung zu meinem Alltag, aber wie kann ich mich von mir selbst schützen? Lange Mail, ne, die ist eher kurz. Und ich habe eine Vermutung, in welche Richtung die Antwort geht, aber ich will mich trotzdem riesig über eine Antwort freuen. Vielen, viele Grüße aus Sydney. Ja, also ich meine, du machst, was du machst, aber ich kann es auch menschlich absolut verstehen, so, ne? Aber ja, da würde man tatsächlich jetzt mal eine Dating-Pause, wie ich es ja auch in meinem Modul 2 beschreibe, empfehlen. Das heißt, ähm, mit allem Pipapo, kein Flirten, kein Männer angucken, keine Gelegenheiten wahrnehmen, äh, nicht auf so ein Konzert gehen für irgendeinen Dopamin-Kick, ähm, sondern wirklich mal komplett davon detoxen. Und das ist echt hart, das ist echt schwer, aber meiner Ansicht nach, ähm, weiß ich nicht, wie das ohne gehen soll, weil das, so dieser Ablauf, den du ja beschreibst, der wird einfach immer wieder passieren. Und du wirst immer, immer wieder hundertprozentig jemand finden, mit dem du das durchspielen kannst, ne? Und, ähm, ja, das ist dann mal für dich scheiße, mal ist für den anderen scheiße, ähm, aber gut, ich sage mir immer, äh, es ist einfach so crazy, viel Drama auf der Welt und jeder, ähm, weiß ich nicht, hängt da in seinem Drama rum und, äh, ich weiß nicht, ich kann da gar nichts mehr zu sagen. Also wer das, trifft jetzt nicht nur dich, also wer das machen will und sagt, das ist das, das Leben, was ich leben möchte, ich will mich nicht langweilen, ich will immer, darf mein, mein Frontalhirn irgendwie aktivieren und Dopamin reinkicken, ja, muss man es machen, ne? Und wenn man sagt, ähm, ich will was ändern, muss man auf den Zug gehen, so, mehr ist es eigentlich nicht. Und das, weil das ist natürlich echt schwierig, so, ne? Das ist echt schwierig, weil, äh, wie du schon richtig hier sagst, ähm, man müsste sich ja dann damit beschäftigen, du hast hier schon so Stichwort, paar Stichworte genannt, schlechte Stimmung und so Sachen. Das sind alles Sachen, mit denen man sich dann beschäftigen müsste, wenn man nicht diese permanente Ablenkung hätte, das ist, glaube ich, auch der Sinn davon. Und, ähm, ja, da fragt man sich halt, lieber Dopamin-Keks oder lieber mit, äh, Depressionen und so beschäftigen. Und da wählt man halt häufig leider so den kurzfristigen Fix, ne? Das, ähm, ja, das sind meine Gedanken dazu, versuch das Beste draus zu machen, bist ja jetzt auch an einer guten Stelle, schau mal, und drück dir auf jeden Fall die Daumen und schreib gerne mal wieder. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Wir sehen uns bald wieder.